Hey Leute und ganz 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 herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute springe ich ein bisschen mit der Skylar. Und ja, es wird noch ein sehr kurzes FMA, es tut mir leid, aber nun ja, ich habe heute auch mal nicht mitgefühlt, wie ich sie geputzt habe, gesattelt habe und getrennt habe, also ja. Aber das Sprengen ist denke ich mal das spektakulärste und ja, jetzt soll ich schon sagen, let's go! Also, komm Skada! Wir wärmen uns heute mal in der kleinen Reithalle auf, denn der Parcours ist in der großen Reithalle schon aufgebaut und ja, komm! Ist gut! Komm, Schirit! Tera! Und Klapp! Komm, Skylar! So, wir haben uns jetzt lange aufgewärmt und ja, so sieht unser Parcours aus, den wir springen werden. Und ja, komm! Gutes Mädchen! So, die Reihenfolge werde ich euch jetzt sagen. Und zwar, wir springen über den Cavaletti, dann hier, dann eine Kurve hier hin über die Mauer und dann über den Wasserkraben. Und ich bin echt mal gespannt, wie Skylar sich abgibt. Und ja, komm! Gutes Mädchen, komm! Ja, prima! Egal, komm! Auch geschafft! Super! Ja, die Mauer hat's jetzt nicht so gut gemacht, aber es ist nicht schlimm. So, die Mauer ist wieder aufgebaut. Komm Skada, das kriegen wir jetzt aber hin. Gutes Mädchen! Super! Komm! Aber trotzdem super! Besser als eben, komm! Gut! Sie hat nur einen Kasten, sag ich jetzt einfach mal. Also ein bisschen nur die Mauer gerissen. Ähm, ja, das mach ich aber jetzt wieder. So. So, ist wieder aufgebaut. So, ich mach jetzt mal einen ganz anderen Parcours. Und ja, komm! Wo meinst du da, Süße? Komm! So, gut! Dies ist jetzt unser neuer Parcours. Ja, die Mauer hab ich jetzt auch etwas kleiner gemacht. Beziehungsweise niedriger, nach meiner Zeit eigentlich, aber mehr. Und wir werden hier anfangen. Und dann hier, bup! Und dann ersetzt es die Mauer. Let's go! Komm! Gut! Super! Ist gut! Nicht schlimm, sie hat das Ganze hinterher in der Sitz getroffen, aber naja. Komm! Berührt! So, es ist aber kein Problem. Komm! Ja, gut! Nein, nein, nein! Da! Ja, super! Das war jetzt eigentlich relativ gut. Außer, dass sie hier eine Stange gerufen hat. Aber nun ja. So, ich hab euch mal kurz aufgestellt. Äh, ihr könnt den Wasserkraben nicht sehen, aber das ist nicht schlimm. Komm! Komm! Sie hat leider gerade eine Stange gerissen. Oh! Ist gut, nicht schlimm. Ach, Mist! Jetzt willst du noch nicht mal Schnitt machen, das Handy. Äh, ja, gut, ne? So. Naja, also es ist blöd, dass jetzt zwar Sachen gerissen hat, aber was soll man nur machen? Ist jetzt halt passiert. Äh, ja. So, wir werden jetzt nur noch ein paar Mal springen. Und dann überende ich auch schon das Heffen an. Gut. Super. Aber mit dem Cavaletti hast du es nicht so nah. Das war ein guter Durchgang. Skylar und ich müssen auf jeden Fall den Cavaletti gut üben. Ähm, ja. Komm. Nicht schlimm. Ist nur Wasser. Oh, Süße. Noch ein paar Ausschnitte von uns, wie wir gesprungen sind. Gut. Ja, gut. Juhu. Juhu. Äh, super. Ach, nicht schlimm. Boah, das war ein guter Sprung. Super, Mars. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit diesem FMA. Ich werde noch einmal den Parcours springen und dann werde ich sie auch wieder zu Popcorn bringen, also zu ihrem Fohlen. Und dann sehen wir uns nach der YouTube-Pause wieder. Tschüss.